Schönen Zockertag wünsche ich euch und wir kommen zum nächsten Folge, Bulliitsch, Strandkampf und es ist zum kurzen gratis-Tenny ausgegangen und ist heute all gut beendet, ist ganz toll. Dafür können wir gleich noch einen Angriff starten. Oh man Leute, es kotzt mich so an. So, jetzt kommt nochmal die Schnauerauswahl. Was mache ich denn da? So, Leute, ich zeige noch mal eine Verteidigung. So, also Leute, ich möchte euch jetzt sagen, dass Andrew will Hero Zero machen. Und wenn ich das halt, in dem es nicht ausgeht, wenn er Hero Zero machen hat, kommt das Let's Play, glaube ich. Und ich möchte mich dafür jetzt öffentlich in diesem Video entschuldigen, dass ich ähm, gesagt habe, dass man es nicht schaffen könnte. Hier sieht es immer ein bisschen schwer, irgendwie Profi zu werden. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon wenn ich schon hier bin, kann ich mal noch was sagen. Deswegen und ich möchte mich dafür morgen auch in der Schule, dass ich so, ähm, bis zu ZZD war und mich wirklich das getan habe, nämlich was macht man nicht. Was macht man nicht. Und ist mir egal, ob die dich jetzt reinnehmen oder so. Ist nicht meine Sache. Aber ich sage, ich wollte mich entschuldigen. gut, wer das fertig ist, nein, ich will mich wirklich entschuldigen. also Leute, ähm, den Schult-Oder-Order-Order vorbei. gut, greifen wir die mal an. so, ach, sind die gewesen. sollte leicht werden. so, Angriff, dies mal richtig viele punkte erspielen hier am städtel direkt dran wir müssen kurz warten bis die leute wieder fertig greifen wir hier um mitten ins herz an ich habe mir gedacht immer aufs handy auf die andere es auch macht und deswegen sage ich nur als wieder die öffentliche entschuldigung ja ich habe mich schon angefangen auszubauen das eisenlager für das hauptquartier für die eisenmine hier für die eisenmine produziert eisen steigert die lagerkapazität feuerkraft bei mittlerer reichweite mit den kanonenboot kannst du zielgebiest hat scherfolge bombardierungen bombardierungen so leute Für Leute, die meine Kameras geliebt haben, werden sie jetzt sicher traurig sein. Ich werde nämlich, ich glaube, gar keine Kameras mehr machen, weil ich habe eingesehen, wenn ihr mich nicht hören könnt, nützt es nicht auf, an der PS3 mit Kamera aufzunehmen. Mich nicht hören, ihr könntet wenig sehen, ich mag es nicht. Deswegen folgt jetzt noch Hero Zero und so weiter hier auf dem Kanal. Dann fangen wir mit der Battlespiel-Reihe weiter und Minecraft auch weiter später. Und ich frage euch mal was, weil Boom Beach und so weiter. Aus dem Spiel, wo man warten muss, würde ich euch gerne fragen. Was wollt ihr jetzt? Ich will jetzt eigentlich Hero Zero jeden Tag machen oder jeden zweiten Tag und dann noch ein viertes Projekt dazunehmen. Ich könnte was zu den Jungle Heat nehmen. Spiele ich auch sehr gerne. Oder Doodle Jump. Ich weiß nicht, ob Doodle Jump irgendwie interessant wäre. Da haben wir irgendwie gesnackt. Und Leute, ihr könnt euch das einprägen. Ich kann es aber nicht so sagen. Nämlich Glitch of Clients kann ich nicht jeden Tag machen. Ich bin mir auch zu langweilig. Keine Verluste, ich glaube schon. Jo, keine Verluste. Okay, dann gucken wir, wen wir als nächstes angreifen wollen. Ich will noch so viele Dörfer schauen wie möglich. Okay, dann bin ich glücklich. Okay. Blablabla. Nehmen wir mal dich. erkunden so als erstes als allererstes nicht sagen wir gehen direkt auf das ding nämlich die kanon kann ich so weit ziehen sollte so sein glaube ich also als erstes löschen wie die aus und wieder hinten sonst würden wir stehen also ich versuche schon so ok dann legen wir los also jetzt frage ich noch mal ich habe nur sechs abonnenten aber was würdet ihr noch gut finden außer diese vier projekte mich hier und klatschen macht und ich bin ich und das angriff heute kommt aber eine folge hier auf dem handy weil ich das lecken ganz schön toll findet wie gesagt angriff da das dauert ihr lange bist du bist du da sind leute was ist denn los alle die sind so lahme enden und jetzt rennen die auch noch da weg ich glaube kann ich nicht mit den schießtypen machen da muss ich schon leute aneinander nehmen die bleiben so lange da bis sie sich abknallen lassen ich probiere es mal mit den leuten hier ich nehme mal nur jetzt bei sogar leute in die und so ich nehme nur die so kasten nein als zucker zucker gut bis spät 10 minuten also ich wollte ja über das thema mit euch noch reden die kommt also eine folge auf dem handy also hier auf der app mit der app das erste auf dem toilet sein weil ich habe ja gesagt man ist so langsam es kann ja ich war dabei aber ich mache so jede zweite folge wird sofort auf dem handy kommen weil der computer auch ganz schön ganz schön schön lange ist aber ich bin bietet immer noch mehr platz deswegen ich glaube aber schon jedenfalls auch wenn die folge jetzt ohne ton ist ich werde den hier sehen wenn man als hättest benutzen wird dann sagen das ohne ton wenn ich es höre und ich habe meine türen offen weiß ich nicht personal was ist denn los sie nicht aber die sache weil ich reden wollte die projekte die ich jetzt angeschrieben werden nicht weitergeführt weil die leute die jetzt zu meinem abo zu meinem kanal kommen wollen hier nur so guten mist sehen den ich gerade mache und nicht kamera aufgenommener scheiße deswegen werde ich so lange machen keine ahnung bis es so fertig ist und zum teil und so weiter wird auch gut sein ich würde euch gerne dazu bitten bei klatschens ja auch eine buchte wollen wir eine bekommen hat ich will mich sehr glücklich machen und konnte gerne machen für mich auch bieten alles zu spielen ich will nämlich nur ein fieses spiel nach mit innen den kreislauf einbinden und ich weiß nicht was jemand machen wollt ich kann ruhig auch schreiben wenn wir keinen schreiber auf aber ich habe sechs und einen typ ich kann den sechs abonnenten überhaupt nicht ich glaube aber die sehen also welchen tag zu machen jeden zweiten tag also jeden zweiten tag kommt ein handy video von hier so und ja gut das war also eine angespannte folge von boom beach strand und die zweite auch dazu noch die nächste folge wird auch eine extra machen für sprechen mit zocki und stern kommt auch eine später aber auch auf meinem kanal und die wird schon gut also leider ganz weg also leider weiter geht's ich wünsche ich nach hänischen zack attack leisten aber daumen nach oben schaut bei meinem büffel bei mit dem mit wobei angefangen hat nämlich 21 wenn ich dich nicht verlinkt ja das tut mir leid so dann machen wir auch die quatsch mit sternen und zocki wenn es oder oder weiter ich um ihn nur hier wenn ihr gerne wirkt als ich würde es jetzt erst mal sagen schön zack attack von türen nach gott gut schüss denn die einzelnen sagen lassen die es ist auch gut kommt und schweizt aus oder doch schon einmal kommend aus schüss